Wenn wir Ihnen jetzt hier von den Kondensatoren... So liegt was im Wies? Marco, da liegt noch was, ne? Kannst doch die Kondensatoren anlöten. Ja, genau. Hättest du mal nicht abgeschritten, die wären es vielleicht gewesen. Ja, natürlich. So, jetzt kriegen wir hier einen richtig dicken Brocken zu sehen. 2,33 Meter, wurde mir gesagt. Länge? Das ist jetzt nicht kommentiert. 3,33 Meter. Das größte, was in Deutschland viel Geld zu kaufen gibt. Julian, du weißt ein bisschen was zur Technik, was für ein Antrieb, wie viel Akt, was sind da drin? Mal sehen, ob ich jetzt hier was in Erfahrung bringen kann, ob er mir das jetzt sagt. Ein Lehner 3080. Ein Lehner 3080 Motor. Und zwei Schulze 400 Ampere Regler. Zwei Schulze 400 Ampere Regler sind da drin. Ich glaube mit 2x12s. 2x12s, also 12s2p. Kapazität? Kapazität weißt du nicht, oder? Kapazität weißt du nicht, oder? Kapazität weißt du nicht, nein. 10.000, 20.000 mAh, irgendwas. Es ist ein richtig dicker Brocken. 8.000 Euro Anschaffungspreis. Sehen wir jetzt hier in Ederitz. Fahren. So, gucken wir uns das Ding mal aus der Nähe an. Ist ja abartig. Ist ja ein Traum. Traum von Modellboard. Speedboard. Das ist zuviel. Aber beim nächsten Mal sollten wir wieder so laufen. Sonst. Ah ja. so war es nächste Male physiological. Bauch. So, mach. So, klimap. So, mach. So, ich bin halt. und so. So, ak? So, Algeria. Mit einem 해 OF erfiteden ja auch. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020